Power restored. All primary systems online. Hallo Leute, hier ist wieder Milzipand XY. Einfach Milzi. Heute geht es weiter mit Zuflautiger Velocero Teil 43. Wenn ich mich nicht irre. Mann! Die deutsche Sprache ist schwer. Lass mal was trinken essen machen. Ja. Kann man schon bauen. Ist ja auch neu jetzt. Kann man ja auch schon bauen. Okay. Lass mal haben, den haben wir, oder? Guck mal, das können wir gleich ausladen. Du. Du. Nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich trink mal erstmal was hier. Ich hier. Kacke. Haben wir hier noch was vergessen? Das gehört noch dazu. Das gehört dazu. Wir haben ja letztes Mal ordentlich gesammelt, ne? Wir holen erstmal noch die Knötchen. So. Knötchen! Where are you? Okay, jetzt können wir das machen. Machen wir gleich nochmal. Was machen wir den Hammer, oder? Okay. Na gut. Jetzt haben wir ja noch was drin. Ne. So, kurz eins für den Kupfer. Haben wir keinen mehr. Kleine haben wir auch nicht. Hallo. rein. Ne. 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 Weiter geht's. Okay. Boom anschalten. Batterie anschalten. Wie kann man das denn hin? Erstmal. Hier haben wir ja alle voll. Na aber auch voll. Wo man das denn hinstecken. Keine Wolle. Wer steckt das hier noch mit? Okay. Wenn wir mal kurz die Batterienaus wechseln. Okay. Na klar, voll machen hier. So. Wir müssen ein bisschen unser Auto noch leer machen. Haben wir ja draußen abgemacht. Abgemacht. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ich kann abgemacht. Aber du, lass mal. Dein. hier. die STUNNLAMP richtig flüte Batterie nicht raus. X2 Da gibt mich so sehr. Ne. Haben wir nicht irgendwas anderes? Na gut. Wollen wir mal duschen gehen! Ok, ausdehnen kann das nicht! Na gut, gehts weiter hier. etwas ausruhen, immer ein bisschen Mocke machen Hände waschen, ah schön, wir setzen uns noch nicht mehr drauf, nochmal Hände waschen Wir müssen hier unser Auto noch ausräumen, dann gucken wir mal, wo ist das Auto? Da Oh, komm hier, du sagst, komm, komm Komm, komm, komm Okay ok ich finde die Farbe, ich finde ich geil, ich bin ein Subnautiker ich bin ein Subnautiker, ich bin ein Subnautiker, ich bin ein Subnautiker, ich bin ein Subnautiker auf, auf und nach vorne ok so ich wollte es dir andocken passt mal, dann... nee, falsch rum sooo ich würde erst mal da tanzen zu sein nee, tanzen zu sein nee, tanzen zu sein, lass mal blöde, blöde sorry, zurück, zurück so nee das kann fach ich wollte hier rein ja, wir haben auch keine Batterie hier drin wieso hat der Schwung? das können wir hier lassen das können wir auch hier lassen aber mitnehmen, 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 mitnehmen haben wir und mitnehmen 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 ich schwöre mir doch schon ganz vergessen wenn er in strom hat macht er keinen sauerstoff mann alt mann will mich so erschrecken aber jetzt werf ich erstmal was trinken muss jeder trinken mit schwimmflossen wo ist es? haben wir noch irgendwas? ich will mal eine eiseren reserven die anpacken jetzt haben wir noch ich glaube wir brauchen gleich Strom jetzt ist voll haben wir noch Platz? ab nach hause? nein du nicht auf auf und da vorn ich weiß nicht ob ich die Stimme gut finden soll oder nicht langsam baue ich ja Wegweiser oder so nein wir machen erstmal trinken als ich feische mache hab ich mal einen Kaffee von der Kunde weg genommen oder hab ich heute noch keinen Kaffee gemacht? ich weiß es nicht ja ja nicht oder? wenn wir noch auf oder? ja Dich? 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 Essen? So, das ist der Fall hier. Das war gleich, ich hoffe, ob er hier drin war. Haben wir nicht. Haben wir gerade rausgeschmissen, dass es hier drin gewesen ist. Okay. Haben wir noch nicht. Hier hauen wir hier mit hin. Das ist dumme hier hin, haben wir ja gut gesammelt, ne alter, waren richtige Helden, so haben wir gefahren, ja, okay, hierher, hab ich da hinten was vergessen, äh, schlusslich nicht machen, okay, halt, kommen wir hier rein rein, oder, hier, man, man, so wie hier kann, sorry, Leute, hu, jawohl, ja, 100, oh, die haben schon wieder schrubt, ganz schnell, okay, ja, alles completed, okay, hab ich jetzt gedacht, weil, ja, wir waren ja lange unterwegs gewesen, ne, so, da kann man ja eigentlich, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt die Dinger gesammelt, hier die vollen, da hab ich gesehen, da haben wir ja die Gläser da gebaut, haben wir ja auch, we, ah, Grinite field, ah, das ist, Okay. Das ist... Das ist... Wachtasche ist das? Wie lange brauchen die ihr... Habt ihr die Schlüpfen? Das sind die Klau-Fiecher, oder? Hat sich hier auch was getan? Was war denn? Ah, kein Dich... Datenformen... Diamanten... Fragmente... Fragmente sind immer gut. Wir holen uns die Batterie ab. Was ist beim... Was ist beim... ...undern Modul auch groß gewesen? Ne... ... ... ... Kam penser Abend? Toll... Und ... ... auf die base nicht raus bauen, das ist blöd bei mir ich habe was geändert? das haben wir ja oder? was? 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 hau? die haben wir ja gemacht hm was? das ist auch was neu so wir können ja das bauen was ist das denn? gewebe? erbau? bei das haben wir uns alles mal gehört für mich ist das eine halbe Woche her ok, tun wir das bauen was ist noch neu? warum wir uns denn? wir schicken dann Zucker wo wir die Schneeweitschwelle her ne, das ist nicht ne, das brauchen wir nicht verlieren lieber unser Leben ach, das machen wir jetzt machen wir das jetzt? dann haben wir eigentlich alles da, oder? das? und das? und das? und das? ok, da brauchen wir nicht das? krebsfugger 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 ich glaube, unter Strom geht zu neigen so einen Kühlschrank wollen wir noch bauen ich dachte, den hätte ich schon hat mir noch einen Kühlschrank gebaut ich habe noch keinen Kühlschrank gebaut so mal aber ich habe immer noch mal exploriert die 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 bei der not was wir da haben haben wir da Oh Ich habe auch noch eine Maschine Ich habe auch noch eine Maschine Ah, super. Okay. So, wir wotest du machen? Klai oder die Mannen? Klai oder die Mannen? Ich muss besser aufpassen. Wir brauchen 2. Okay. Warte mal, ich glaube jetzt rechte Strom nehmen wir, oder? Ich muss schon mal einschieben, so besser ist. Halt. Ja, wo habe ich das Werk jetzt wieder geschmissen? Hier hinten oder wo? Ja, da war's. aber wenn man das grüne her ok wir können den entwickler können wir noch vorne bauen das ist ja blöd denn hier noch mal gucken wir docken den dock an. wir machen aquarium. docken wir dazwischen an. wir machen das. wir machen das. wir machen das. wir machen das. Hallo! Handtocken, und dann machen wir halt das Aquarium-Dingsbums. Bleib ich da irgendwie hängen? Äh, nee! Riesen-Ding-Battersee. Ja, okay. Okay. Du bleibst da, wo du bist. Wo du da, wo ich bin? Ja. Ich hab das schon wieder gemacht. Was ist das? Was ist das? Aber, du hast es. Was ist das? Warum kann man das... ...wieso kann man das... das haben wir? das haben wir? na ja, wo ist das? oh, sieht aber schick aus wo war ich mein? oh, so tief ah, ok, er ist dran jaaa ist dran Batterie holen, dann machen wir die Bahn wieder komplett erst mal na? muss klappen ok, ich muss den mal schnell rausschmeißen ne Frage dann? ob das dann gebroben hat? wenn man gebrochen hätte oder so ich prädiere, dass die dann immer noch gefüttert werden oder so gesehen genau, da müssen wir unterfüttern eigentlich mhm mal gefüttert das noch ist mit das noch wieder Was ist das? So, let's open. Ah, da kann man ja. Hihi, hallo! Ja, das war's erstmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye-bye. Euer Melzi mit Zygnadiker Pelo Zero.